Das Projekt 50 Plus des Jobcenters Landkreis Görlitz ruft zum Wettbewerb Unternehmen mit Weitblick 2014 auf. Sind Sie ein Unternehmen, das auf ältere Bürger über 50 Jahre setzt, auf einen ausgewogenen Generationenmix im Unternehmen Wert legt und auf langfristige Arbeitsverhältnisse setzt, dann bewerben Sie sich bis zum 6. Dezember 2013 beim Jobcenter Landkreis Görlitz. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.50plus-görlitz.de oder wenden Sie sich an christin.bär.kreis-gr.de oder per Post an Jobcenter Landkreis Görlitz, Sachgebiet 50 Plus, Lunitz 10, 02826 Görlitz. Suchen Sie weitere Informationen zum Bundesprogramm Perspektive 50 Plus, dann gehen Sie auf www.perspektive50plus.de